Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto Update Video. Ja, es ist Samstag, Bitcoin knapp unter der 31.000 US-Dollar Marke. Wir haben unser CME Gap bei 31.100 US-Dollar gebildet, also relativ weit oben an der Spitze, wo gestern noch der Pump hingging. Bis auf 31.400 US-Dollar hat es uns gestern noch gebracht. Nachdem die Bull Flag dann doch ein bisschen eher ausgebrochen ist, dann direkt unsere Zielmarke abgeholt hat. Ihr seht hier oben das Short Setup. Ich bin nicht reingegangen, mir war das dann doch ein bisschen zu heikel. Wieso, weshalb, warum werden wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Update Video anschauen. Außerdem natürlich einen Blick auf Ethereum auch mal werfen und auf Gold werden wir auch noch mal ganz kurz, denke ich, gucken, weil sich da auch noch mal ein bisschen was getan hat. Und ihr habt mir ja gestern schon ganz viele Altcoin-Wünsche unter das Video geschickt. Ihr könnt es auch gerne weiterhin machen. Ich werde dann ab morgen oder spätestens am Montag die ersten Videos dann anfangen. Wurde sich zum Beispiel Bitcoin Cash gewünscht, was jetzt fast 100% in den letzten Tagen gestiegen ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Die nächsten Tage wird es dann auf jeden Fall wieder losgehen. Wir sollten jetzt langsam so den Tiefpunkt bei Altcoins erst einmal überwunden haben, dass sich auch mal hier wieder eine Chart-Analyse lohnt. Und bevor ich jetzt hier weiter labere, starten wir direkt rein ins Video. Lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und auch Signale. Wenn irgendwas Spannendes tut, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall direkt hier. Der Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch Podcast, dritte Folge, gestern online gekommen um 12 Uhr. Hört euch das gerne an. Das Feedback war wieder phänomenal von euch da draußen, also zumindest von denen, wo ich eins bekomme. Und natürlich auch auf Apple Podcast könnt ihr euch das Ganze auch reinziehen. Gut, damit würde ich sagen, jetzt aber direkt rein ins Video. Wie gesagt, Bitcoin Moment haben wir 30.700 US-Toll. Wir haben uns stark gehalten über dieser Zielmarke. Wir haben gestern ja darüber gesprochen, okay, dass wir hier eine mögliche Bullflex bilden oder gebildet haben. Vom Preisziel her haben wir uns, glaube ich, gestern gar nicht angeguckt. Werden wir uns jetzt das ganz kurz mal angucken. Wäre das technische Preisziel bei ungefähr 31.800 US-Dollar gelegen. Nachdem wir dann gestern diesen sehr, sehr starken Impuls hatten für einen Freitagnachmittag um 17 Uhr mit sehr, sehr viel Volumen, habe ich mich da ehrlich gesagt nicht mehr reingetraut, weil das hätte dann komplett in die Hose gehen können. Wir hatten schon so einen starken Impuls, klar, die Bearish Divergence, ja. Wir hatten auch einen RSI im überkauften Bereich bei knapp 80. Wir sind aber das letzte Mal auch bis hier vor allem im 4-Stunden-Chart auf 94 gekommen. Deswegen wollte ich dieses Risiko jetzt erst einmal nicht mehr eingehen, hier noch in den Trade reinzugehen. Grundsätzlich hätte er funktioniert. Wir wären jetzt hier minimal im Plus gewesen, beziehungsweise in der Spitze hier auf 30.4 wäre es was geworden. Wahrscheinlich wäre das auch der erste Take-Profit gewesen, aber waren wir einfach dann im Endeffekt zu Risiko behaftet. Und ich spekuliere jetzt eher darauf, dass wir hier sogar nochmal ein bisschen höher gehen und wirklich diese 31.800 noch abholen und dann gegebenenfalls hier auf jeden Fall einen Stop-Loss in Richtung 32.500 US-Dollar legen. Wir haben Wochenende, manipulativ kann sowieso alles sehr, sehr schnell werden durch wenig Liquidität im Markt. Also da sollten wir ein bisschen aufpassen und was halt auch noch dafür spricht, dass wir möglicherweise sogar nochmal einen Push kriegen. Also klar, wir haben jetzt Bearish Divergence auf jeglichen Timeframes. Wir haben aber auch einen starken Volumenimpuls hier auch nochmal bekommen. Gestern wurde der erste Futures ETF in den USA nochmal genehmigt. Ja, es gab vorher schon Future ETFs, aber die waren alle aus Kanada oder anderen Ländern, jetzt der erste in den USA. Und das ist natürlich schon wieder so ein bisschen das Zeichen, okay, es wird vielleicht dann auch die Spot ETFs genehmigt. Deshalb dann auch gestern zu dem Zeitpunkt auch erstmal der Push. Ich bleibe aber grundsätzlich dabei, dass wir nächste Woche auch erstmal eine Korrektur erleben sollten. Also, dass wir zumindest mal die ganzen Indikatoren abholen bzw. erstmal ein bisschen runterbringen. Das Fit-Level hat sich jetzt natürlich minimal geändert. Wir sind aber weiterhin hier in diesem Bereich der 27.200 US-Dollar und es passt weiterhin zu unserem Fahrplan, dass wir eben nochmal hier runtergehen in das Golden Pocket, diesen ehemaligen Downtrend, den wir hier hatten, noch einmal bestätigen. Das heißt, ein relativ flotter Abverkauf, um dann gegebenenfalls endlich die Marke von 32.400 US-Dollar zu durchbrechen. Das ist immer noch auf Daily, auf Weekly-Sicht komplett unsere Widerstandsmarke. Wir müssen unbedingt über diese 32.400 US-Dollar kommen, am bestenfalls auf jeden Fall mit Weekly Close, um dann gegebenenfalls diesen kompletten Downtrend oder diesen kompletten, in Anführungszeichen, Bärenmarkt dann erstmal zu durchbrechen. Dann kann es auch relativ flott, da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen oder die letzten Tage, mal schnell Richtung 40.000 US-Dollar gehen. Also viel ist es nicht mehr. Ich würde es ehrlich gesagt auch nicht mehr dann verneinen, wenn wir die 32.400 knacken. Aber mir persönlich wäre es lieber, wir holen im Endeffekt hier oben oder versuchen zumindest noch, das Preizziel von dieser Bullfleck einerseits zu erreichen und dann aber auch ein höheres Hoch. Und das ist jetzt eigentlich so der Punkt, auf den ich mehr hinaus will, dass wir im Endeffekt hier nochmal dieses höhere Hoch abgrasen mit deutlich weniger Volumen. Weil das war das, was mich gestern einfach komplett abgestreckt hat. Die Kerze hier drüben, wo wir unser erstes Top bei 30.700 oder 30.800 gebildet haben, war halt nochmal weniger als dieser Volumenvorschuss, den wir gestern hatten. Und normalerweise gehe ich nie in solche Shorts rein, wenn wir im Endeffekt nochmal höheres Volumen haben. Und das war einfach der Grund, warum ich dann gestern gesagt habe, okay, ich will euch hier nicht in irgendwelche Shorts reindrücken. Das Risiko war mir ein bisschen zu groß. Wenn wir jetzt im Laufe des Wochenendes hier nochmal hochgehen, in Richtung, ich sage jetzt mal 31.800, 31.700, dann würde ich sehr, sehr wahrscheinlich den Short wagen. Einfach aufgrund dessen, wenn wir hier weniger Volumen drin haben, wäre Punkt 1. Zweiter Punkt, wir haben weiterhin die Bearish Divergence. Das heißt, dass ich dieser Bereich dann unten im RSI, dass wir hier nicht über diesen Widerstand dann kommen, egal wie hoch das jetzt ist. Einfach mal so als Linie jetzt gezeichnet, damit ihr wisst, was ich meine. Und ja, das sind eigentlich so die zwei Punkte, auf die ich jetzt erst einmal achten würde. Es würde mich sehr, sehr überraschen, wenn wir gleich beim ersten Versuch oder beim zweiten, wir waren ja schon mal an dieser Marke, die 32.400 US-Dollar-Marke knacken. Würde mich sehr, sehr wundern. Aber ansonsten gehe ich, wie gesagt, weiterhin davon aus, dass wir hier erst einmal noch einmal die Korrektur, zumindest bis 28, bestenfalls sogar bis 27.300 US-Dollar, kriegen, um das Golden Pocket zu testen und von hier aus dann ein nachhaltiges Breakout nach oben hin starten. Das wäre jetzt so momentan das Wunschszenario. Wie gesagt, ich warte mit Short und hier unten ist dann ganz klar im Golden Pocket der Bereich, wo ich die Long-Name wieder deutlich, deutlich vergrößern würde. Wir haben genug Profile damit gemacht, wir wollen sie jetzt nicht aufs Spiel setzen und deswegen gestern kein Trade von mir, warten wir jetzt erst einmal so ein bisschen ab von meiner Seite aus. Traders Reality haben wir ja gestern auch schon mal ein bisschen durchgenommen. Wir haben überall Vector-Candles, wir haben natürlich hier unten noch die Psy-Range. Die neue wird dann vermutlich dann irgendwo hier oben in dem Bereich sein, aber die alte ist für mich momentan ehrlich gesagt noch ein bisschen wichtiger, weil sie sehr, sehr eben in Confluence steht mit unserem derzeitigen Golden Pocket und normalerweise wird es immer wieder abverkauft, beziehungsweise kommen wir immer wieder zu diesem Level früher oder später zurück. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum, wenn es laden würde. Auch hier im Endeffekt das gleiche Spiel oder fast das gleiche Spiel. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, okay Short-Szenario auf jeden Fall in the Making, war zumindest der Plan. Wir haben ein schönes Doppeltop hier gebildet, auch eigentlich charttechnisch sogar deutlich, deutlich besser als Bitcoin. Ich habe aber gleich dazu gesagt, wenn ihr bei Bitcoin mir kein Short-Signal gibt, dann werde ich bei Ethereum erst recht kein Short reingehen, weil mir das Risiko zu hoch ist. Chart-technisch war aber dieses Short-Signal hier eigentlich deutlich, deutlich besser. Wir haben ja eigentlich damit gerechnet, wenn wir jetzt hier durchbrechen, gehen wir nochmal Richtung 2000 US-Dollar. Das ist auch weiterhin so ein bisschen so mein Hauptziel. Also ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir nochmal diesen letzten Push hier hochkriegen. Würde zu Bitcoin passen, was wir gerade hatten, 31,8. Hier haben wir ein höheres Hoch gebildet, also zumindest mit einem WIG. Haben aber darunter geschlossen, also eigentlich perfekt. Nur gleiches Spiel auch hier. Wir hatten hier phänomenal viel Volumen. Und vor allem auch phänomenal viel Short-Volumen, was dann hier reingekommen ist. Hat auch nochmal fast die Candle, die wir hier drüben gebildet haben, nochmal abgebildet. Also es ist schon krass, wie viel Volumenvorstoß da war. Also wir haben die ganze Range hier im Endeffekt schon die Liquidität rausgenommen. Es kann jetzt jederzeit passieren, sollte Bitcoin echt den letzten Push nochmal übers Wochenende kriegen, dass wir eben hier in dem Bereich der 1980 bis sogar 2020 US-Dollar hochgehen. Und das ist auch hier oben mein Short-Bereich. Also da oben werde ich auf jeden Fall dann Short versuchen. Dann kann man natürlich beurteilen, okay, wir haben hier oben nochmal eine Ineffizienz, aber darüber möchte ich auf jeden Fall den Stop-Loss legen. Wir werden hier sehr, sehr wahrscheinlich mit zwei Orders arbeiten. Hat einfach den Aspekt, dass wir die Ineffizienz hier oben dann noch abdecken können. Wir können den ersten Entry dann hier irgendwo in der Gegend auf jeden Fall machen, um die 2.000 US-Dollar und einen zweiten Entry, um einfach das Risiko da nochmal ein bisschen zu vermindern. Wir haben auch hier jetzt derzeit eine Bearish Divergence vorliegen, aber wie gesagt, ich traue dem ganzen Markt noch nicht. Short ist mir momentan einfach ein bisschen zu riskant. Da warten wir einfach an dieser Stelle noch ein bisschen ab. Bullflag wurde auch noch nicht erreicht. Wir haben zwar minimal ein höheres Hoch, aber das ist nicht das Bullflag-Ziel. Also so ein letzter Push nach oben ist auf jeden Fall noch drin. Wir können die Bullflag mal ganz kurz ziehen, schauen uns das Ganze mal vom Breakout-Punkt an. Würde nämlich auch perfekt nach da oben hin passen. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Freund, aber manchmal sind solche Konfluenzen nicht schlecht, einfach mal um ein bisschen abzugleichen. Wie könnte sich der Markt jetzt demnächst bewegen? Und da gefällt mir das derzeit ein bisschen am besten. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin-Ethereum. Wie gesagt, ich glaube, Gold habe ich aber gestern schon mal angesprochen. Wir sind ins Golden Pocket gekommen, Order wurde ausgelöst, das erste Take-Profit wurde genommen. Jetzt warten wir hier erstmal noch ein bisschen, wie sich Gold nächste Woche dann schlägt. Aber habe ich weiterhin im Blick und natürlich auch den DXY. Aber das werden wir uns alles später im Wochenausblick dann einmal ansehen. Gehen wir noch ganz kurz rüber zu den News. Crypto.com expandiert in Europa, Binance mit Hürden. Einerseits gut, aber ihr wisst, ich bin momentan so von Renegade überzeugt. Wer Renegade nicht kennt, Pre-Sale, ICO, schaut euch das gerne mal an. Gebt einfach Renegade bei mir auf dem Kanal ein. Die sind deutlich, deutlich weiter. Also da tut sich sehr, sehr viel. Ich werde jetzt auch zum nächsten, wenn dann jetzt die Karte und sowas alles da ist, werde ich ein Update-Video machen, euch davon erzählen, auch mal vielleicht die Launches und sowas austesten. Kommt dann alles. Ich wollte jetzt nur noch kein Update machen, weil halt noch gerade alles ein bisschen läuft. Ich glaube, zwei bis vier Wochen sollte dann im Endeffekt bei Renegade erstmal alles laufen. Und dann werde ich euch auf jeden Fall ein Update da lassen. Gut, dann war es das von mir. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo natürlich auch gerne da lassen. Wir hören uns dann später zum Wochenausblick wieder. Gerne Podcasts anhören, Telegram-Gruppe joinen. Wünsche euch schon mal ein schönes Start ins Wochenende und später gerne den Wochenausblick angucken. Ja, schönes Wochenende. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool. Ja, schönes Wochenende. Untertitelung des ZDF, 2020